Wir haben eine rote Ampel. Ey, zeichne mal auf wie wir jetzt über rot über die Ampel laufen, Alter. Ja, Mann! Ich würd sagen so. 22 Uhr! Oh, und ich hab Markus und Renaito drauf! Ja! Ja! Geto! Ihr! Geto Gangster! Push it up in die Ehr! Wir sind so rot über die Ampel! Ich bin die Ampel! 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 Gut! Gut, ich will warten! Renaito! Mit Haar! Dann Ende um! Nein! R-E-A-I-R-T-H Das ist das Ende! Ah! Nochmal! Der Planet wird vom Menschen gesehen! Das Lichtmännchen entwickelt sich zum Kepi-Schriegel! Oh, oh, oh! Und Markus und Renaito entwickelt sich zum Schreiber! Das Ende ist nah! Oh, ok! Wie geht nochmal der Hochzeit Melodie? Das ist viel schlimmer! Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ich meine Renato-Dance, kannst du den Renato-Dance? Renato-Dance. Ja man, mit dem Renato, warte. Das ist toll, ne? Wir tanzen den Renato. Ich zeig den Renato-Dance. Ich lauf und dabei meinst du den Renato-Dance. Renato-Dance-Dance. Renato-Dance. 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 Renato-Dance-Dance. See you guys. Das war das Ende von Mr. Renato.